Das ist Thomas. Thomas ist Modellflieger. Er fliegt Motorflugzeuge, Segelflugzeuge und manchmal auch Drohnen. Seit dem 31. Dezember 2020 gilt in Europa für Piloten wie Thomas eine generelle Registrierungspflicht. Zwar ist die noch bis einschließlich 30. April 2021 ausgesetzt, doch Thomas will es genau wissen. Wo und wie muss ich mich registrieren? Jeder Pilot eines unbemannten Fluggerätes muss sich beim Luftfahrtbundesamt registrieren lassen und erhält daraufhin eine sogenannte E-ID. Das ist eine individuelle Identifikationsnummer, die jeder Pilot anstelle der bisherigen Kennzeichnungsplakette an seinen Modellen anbringen muss. Ob sie gut sichtbar außen am Modell oder beispielsweise hinter einer Akkuklappe verborgen platziert wird, ist jedem selbst überlassen. Auch feuerfest muss dieses Kennzeichen nicht mehr sein. Bis jeder Pilot seine E-ID bekommen hat, müssen Flugmodelle weiterhin mit Namen und Anschrift des Betreibers gekennzeichnet sein. Ab dem 1. Mai 2021 ist der Betrieb von Flugmodellen in Europa nur noch nach erfolgter Pilotenregistrierung zugelassen. Doch für dich gibt es gute Nachrichten, Thomas. Du musst dich als Mitglied im Deutschen Modellfliegerverband um gar nichts kümmern. Dein Verband sorgt dafür, dass du beim Luftfahrtbundesamt registriert wirst. Dafür darfst du lediglich nicht widersprechen, dass der Verband deine Daten an das Amt übermittelt. Bis spätestens 30. April 2021 bekommt dann jedes Verbandsmitglied eine sogenannte E-ID zugeschickt. Siehst du, Thomas, als Verbandsmitglied ist die Registrierung doch halb so wild. Und die E-ID ist doch viel einfacher und unauffälliger im Modell unterzubringen als eine gut sichtbare, feuerfeste Plakette mit Name und Anschrift des Piloten. Das ist doch gar nicht so schlecht.